Buongiorno Amici! Mein Name ist Giuseppe und mit giolea.com bringe ich euch ein Stück Italien nach Hause. Heute bringe ich euch sogar ein Stück Sizilien nach Hause, denn es geht um diesen leckeren ausgezeichneten Weißwein, diesen Maria Costanza Bianco von den Cantinen Giuseppe Milazzo aus Campo Bello Delicata, das ist in der Nähe von Agrigent, also richtig im tiefen Süden von Sizilien. Das ist ein brillantes Bouquet aus zwei Rebsorten und zwar aus Chardonnay und aus Insolia Bianco. Insolia ist eine Rebsorte, die wächst auf Sizilien. Stellt euch mal vor, dass dieses Bouquet, dieser Weißwein Maria Costanza Bianco gehört zu den 1% besten Weißwein weltweit. Seine Farbe und schon alleine dieser Geruch nach Zitrusfrüchten erinnert mich sofort an Sizilien. Er ist trocken, harmonisch und hat eine angenehme Säure. Dieser mehrfache ausgezeichnete Weißwein ist ein absolutes Muss für jeden Sizilien Fan von euch. Auf giulia.com könnt ihr sogar bei sechs oder zwölf Flaschen richtig Geld sparen. Also, ich wünsche euch weiterhin genussvolle und schöne Momente und sag mal, cheers! Auguri, salute, arrivederci, alla prossima! Ciao!